Echt abgelegen und mitten in der Natur befindet sich die Kalle der Alpen, Arosa. Wie die ganze Welt befindet sich auch Arosa mitten im negativen Sog des Coronavirus. Doch dieser Ort hat etwas Bärenstarkes und spendet selbst in herausfordernden Zeiten Mut und Kraft. Es ist ein Zaubertrank gemischt aus frischer Luft, Ruhe und Bergquellwasser. Er beschenkt die Kalle der Alpen und seine Besucher mit einer magischen Kraft für einen positiven Blick in die Zukunft. Wir alle dürfen uns hoffentlich bald wieder uneingeschränkt draussen bewegen. Unser natürlich Zaubertrank wartet auf euch. Arosa – einfach bärenstark. Arosa – einfach bärenstark.